Eine Ex von Johnny Depp hat ihn total angeklagt. Alan Barking, Schauspielerin und ehemalige Geliebte von Depp, sagte in den letzten Tagen des Prozesses aus und seine gefilmten Aussagen sorgten für einigen Werbel in der Gerichtsverhandlung. Dies war auf jeden Fall nicht der wirkungsvollste Teil der Erklärung, da Barking von Episoden der Gewalt berichtete, die das Gericht schockierten. Die Erzählung überraschte durch die Ähnlichkeit zwischen dieser Episode und dem, was zwischen Johnny und Amber passiert war. Und es war nicht nur die Beschreibung von Depp als gewalttätigen Mann. Die Schauspielerin äußerte sich auch zu den Suchproblemen von Johnny, von denen sie im Laufe ihrer Beziehung teuge wurde. Johnny's Süchte sind keine Neuheit in der Branche. Es war auch nichts Neues für die Geschworenen des Falls. Es war aber die Beschreibung von Depp als eifersüchtiger Partner, der die Aufmerksamkeit des Publikus auf sich zog. Das ist aber sehr unterschiedlich zu dem, was Kate Moss behauptet hat. Sie ist auch eine ehemalige Partnerin und hat vor Gericht ausgesagt. Sie hat eine der größten Gerüchte von Hollywood dementiert. Nein, er hat mich niemals aufgerufen, mich zerforscht oder mich zerforscht. Main-Town-Ending-Status. Verdruss kam, denn seiner Meinung nach wollte er die Beziehung zu ihr nicht auf eine ernsthaftere Ebene heben. Der Prozess ist nun am Ende gekommen und wir waren Zeuge des Urteils. Es bleibt nur abzuwarten, dass Johnny und Amber etwas Frieden und Gelassenheit finden können, nach einem so stürmischen Prozess. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017